Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie einige von euch vielleicht schon wissen, kann ich ja einen Handstand auf meinem Hoverboard und die YouTuberin Itzmi Sabel hat das neulich auch mal probiert, aber sie konnte den halt noch nicht so mega lang halten. Deshalb fordere ich sie jetzt heraus zu einem Battle auf dem Handstand und zwar, wer den länger halten kann. Wir sehen uns dann draußen wieder, wenn ich den probiere. Viel Spaß bei dem Video! So, wir hatten jetzt ein bisschen Spaß mit dem Sitz und jetzt schrauben wir den ab und dann fangen wir auch mit der richtigen Challenge an. Und damit sie überhaupt mitbekommt, dass ich sie herausgefordert habe, wäre es mega cool von euch, wenn ihr das irgendwie in ihre Kommentare schreiben will oder sonst irgendwas. So, ich bin jetzt aufgewärmt und dann kann die Challenge auch schon losgehen. 3, 2, 1 Oh, länger schaffe ich nicht, das geht halt mega auf die Hände, aber das ist die Herausforderung an dich. Also Unterarmstütze am Anfang auf jeden Fall einfacher, damit habe ich auch angefangen. Und dann, als ich das sicher konnte, nach so ein, zwei Wochen, habe ich dann das erste Mal einen Handstand probiert. Das ist auf jeden Fall viel anstrengender, aber es macht dann natürlich auch mehr Spaß und sieht viel cooler aus. Aber ich mache jetzt auch nochmal ein paar Unterarmstütze und da stoppen wir jetzt auch einfach einmal die Zeit. 3, 2, 1 Boah, stopp! Jo Leute, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung an, wäre auf jeden Fall mega cool. Und Leute, wenn es euch gefeiert hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo. Schreibt irgendwelche Vorschläge oder wenn ihr Vorschläge habt, einfach in die Kommis rein. Dann werde ich die Videos auch mal machen. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, haut rein, bis zum ersten Mal. Ciao!